Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge der Herr der Ringe online stehen hier mit unserem Schurken Millimac vor dem Eingang von Delosat und das wollen wir heute mal ein bisschen näher erkunden ihr seid mit dem Schlüssel zurückgekehrt und viele von ihnen sind repariert die Geheimnisse von Delosat liegen nun in Reichweite und nach Joil auch na noch wissen wir nicht ob der da ist dieser Ring seid ihr bereit in Delosat zu suchen Millimac sprecht mit mir wenn ihr bereit seid dann beginnen wir mit der Umsetzung unserer Pläne dies ist eine Soloaufgabe die nicht mit einer Gefährtengruppe gemacht werden kann alles klar dann reisen wir mal im Tagebuch von Sarah Eichenherz ist der Weg in die Ruinen von Delosat beschrieben das früher zu besseren Zeiten Sittat hieß hierhin hat die Suche nach Narchuil geführt aber zu welchem Zweck was haben diese verwitterten Steine gesehen ja das werden wir hoffentlich bald in Erfahrung bringen das Leid der Elda kennt keine Grenzen hört zu Millimac viele der Angmarim die nach Talbruinen kamen suchen anderswo einige von ihnen sind jedoch zurückgekommen um die Ruinen zu durchsuchen bezwingt die die ihr finden könnt und kommt zu mir zurück bevor ihr euch drinnen auf die Suche macht ich will nicht dass sie euch die Tür was dass sie euch die Tür öffnen sehen okay besiegt Angmarim sechs Stück dann wollen wir doch mal gucken ob wir die unten weiß ich nicht ich glaube die sind alle irgendwie oben oder laufen hier auch unten ja doch hier unten sind auch welche servus na mensch der hält ja was aus ja elite okay Nummer eins ich weiß nicht ob die alle elite sind vielleicht ja schon möglich hier war keiner da unten sind da wahrscheinlich noch mehr mache ich einfach mal die runde okay der den wie ich jetzt sehe den roten punkte scheint über mir zu sein hier ist auf jeden fall noch einer nehmen wir gleich alle beide ja komm egal das schaffen wir schon ich meine wir können ja erstmal einen wegrätseln das läuft doch ganz gut jetzt haben wir ja schon gleich die hälfte ja ich bin mir nicht ganz sicher ob mir die rote oder die blaue skillung besser gefällt hm ich glaube fast die blaue gefällt mir besser ich hab ich dachte erst die würde deutlich mehr schaden machen ich bin mir da jetzt nicht mehr ganz so sicher aber vor allem gibt es hier ja auch normale fähigkeiten die dafür sorgen dass die gegner betäubt werden bei den anderen da muss ich immer entweder das gefährdmanöver oder das fragen oder sonst irgendwas ach so wir sind einmal rumgelaufen äh ja um um die die gegner zu betäuben aber jetzt gibt es hier ja auch irgendwie sachen die das können schneller angriff der die effektivität eines bestehenden risikos erhöht okay äh was macht das hier erhöht ein bereits bei eurem feind eingegangenes risiko auf stufe 6 verstehe ich nicht wenn kein risiko besteht wird die schadensrisiko auf höhere stufe eingegangen schaden 254 bis 313 westernissen kritisch und zerstörerische treffer auf den gegner angewandt 40 prozent risiko chancelauer verstehe ich alles nicht so ganz wir nehmen jetzt erstmal den ich klicke halt einfach drauf es macht halt das was es macht ich habe halt nicht den eindruck dass ich also erstmal habe ich hier glaube ich 12 fähigkeiten mehr und ich habe eben nicht den eindruck dass ich ständig irgendwie auf irgendwelche abkling zeiten warten muss die hier vorne die benutze ich ja schon gar nicht mehr großartig brauche ich gar nicht mehr hier geht es auch rein aber es ist nicht die tür durch die wir müssen soweit ich weiß aber da scheint einer drin zu stehen ich wollte gerade sagen oder doch nicht na komm schon gib auf sehr schön okay wir brauchen noch einen da drüben scheint irgendwo noch einer zu sein ja der hier oh und wieder betäubt das ist und wieder betäubt cool ja das ist irgendwie ein cooler skill baum wieder betäubt okay wir haben alle jetzt müssen wir wieder runter und mit mui dingsbums reden muil dir ja doch muil dir heißt es die instanz ist orange die gegner sind blau sehr merkwürdig ach ist der schon schon drin muss ja oder oder ist der hier unten ne der muss schon oben drin sein gerade eben saß er noch woanders der war doch vorhin hier vorne da ist er ja auch immer noch komisch weil der regen hier woanders hin zeigt na gut da reden wir aber erst mal mit dem sollen wir ja mein herz kann heute nicht singen sehr gut meli mark nun solltet ihr bei der untersuchung der ruinen nicht gestört werden noch ein hinweis bevor ihr euch der tür zuwendet delosat ist ein ort aus längst vergangenen zeiten und die erinnerung an etwas böses haftet noch immer an seinen gemäuern ich befürchte dass eins schreckliches von hier aus ging und möchte euch ans herz legen dort drinnen einen kühlen kopf zu bewahren was soll das denn heißen tun wir das denn nicht immer untersucht alles was euch ungewöhnlich vorkommt ich nehme an dass sich die erinnerung an das leid das über diesen ort liegt in irgendeiner weise zeigen wird erkundet so viel ihr könnt aber bleibt auf der hut ein solcher ort zieht finstere kreaturen an gegen die müsst ihr gewappnet sein ich werde hier draußen wache halten natürlich wo sonst damit keine feinde in delosat eindringen während ihr drinnen weilt ha dass ich nicht lache so wir sollen ungewöhnliche gegenstände untersuchen mache ich jetzt müssen wir hoch dann kriegen wir hoffentlich die tür auf mit dem richtigen schlüssel und dann werden wir ja sehen was wir da sehen werden da wird uns glaube ich so einiges klar werden also vieles von dem was ich euch schon erzählt habe so lass mich rein so es ist etwas feucht und etwas zugewoben wir sehen hier ein kohlenbecken da junge elbenfrau und laerdan ja vater mir ist zu bang ums herz kann kann weitergehen wie bin ich hierher gekommen ich kann mich nicht daran erinnern hab keine angst narmeleth ich sag ja das n steht nicht für nachuel ich werde es nicht zulassen dass man dir weiteres leid antut hm oh würmchen die haben einen ring es gibt ja diese aufgabe würmer hier zu töten aber ich weiß nicht wie viele wir davon jetzt hier kriegen kriege ich ja 10 naja ich nehme es mal an vielleicht werden das hier ja 10 stück ja so nächster raum hier sehen wir eine urne hört mir ganz genau zu sara sie wird vielleicht nicht immer sie selbst sein es mag sein dass sie euch anschreien wird oder schlagen will lasst euch davon nicht nameles kann wieder gesund werden dessen bin ich mir sicher habt ihr verstanden wiederholt mir die pflichten die ich euch übertragen habe ihr sollt ihr zweimal täglich essen bringen und wasser zum baden aber nicht zum trinken oder was ich soll sie freundlich behandeln darf jedoch keine neuigkeiten von der außenwelt berichten über ihre vergangenheit soll ich ihr keine fragen stellen und ihr zimmer darf sie nicht verlassen sehr gut sara ich übertrage die aufgabe an euch möget ihr so lange versehen wie euer vorgänger um namen der zwillen mhm jay kriecherwürmchen auswählen bitte danke ah es öffnet sich eine tür so umgefallenes kohlenbecken jetzt ist hier wieder eine tür aufgegangen ich habe dir blumen gebracht nameles ich will keine blumen aber sie sind voller liebreiz weißt du noch in lindern ich habe gesagt ich will sie nicht nicht ich habe keine erinnerung an lindern ich erinnere mich nur an dunkle an geschrei erinnere ich mich und an klang von schwertern war ich in einer schlacht ich erinnere mich nicht ein krieger war da ich kann sein gesicht nicht sehen ich würde alles dafür geben mich an blumen erinnern zu können ich werde dir ein anderes zimmer zurecht machen meine tochter dieses hier ist ungemütlich geworden was ihr seid keine kriecher ich brauche noch kriecher ich brauche fünf kriecher euch brauche ich nicht klick 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 ok das tor ist wieder auf wir können wieder raus gehen dafür ist dieses tor aufgegangen nochmal ein ungefallenes kohlenbecken noch mal ein ungefallenes kohlenbecken Tür zu ah oh was Slavak und Mura und natürlich Mordirit doppelt so groß wie alle anderen kommt da noch mehr ja kriecher sehr gut ich brauche ja noch welche Türchen auf Türchen auf so zwei brauche ich noch vielleicht kommen die ja hier noch so hier rum da liegt ein äh Bücher liegen hier ah Laerdan Sarah Eichenherz Laerdan ich hätte nicht gedacht was habt ihr denn da Sarah sie ist so einsam Laerdan und hat um Bücher gebeten ich dachte Bücher ich habe doch euch ausdrücklich ans Herz gelegt so etwas nicht zu tun es tut mir leid Sarah ihr könnt nichts dafür was ist mit ihr geschehen Laerdan warum hatte sie hinter Schloss und Riegeln haltet ihr sie hinter Schloss und Riegeln meine Tochter meiner Tochter Herz hat den Schatten an sich gerissen hm wenn ihr die Gelegenheit hättet ein geliebtes Wesen aus der Dunkelheit zu retten würdet ihr sie nicht ergreifen gibt es denn niemanden der euch helfen könnte die Elben ihr müsst ihr wüsste nicht was meine Leute tun würden wenn sie erführen dass Narmelet am Leben ist ich werde Herrn Elrond davon berichten wenn sich Narmelet erholt hat und keine Bücher mehr Sarah hm 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 Äh, ja, hier hinten vielleicht noch weiter. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Pitsch, patsch, pitsch, patsch. Nee, sieht aber nicht so aus. Oder kommt man hier irgendwo durch? Hm, nö. Dann hier vielleicht durch. Hier waren wir auch noch nicht. Ah ja, da ist ein Kohlenbecken. Na, wirst du wohl. Ich werde nichts von dem essen, was mir diese Eichenherz bringt. Ich bin Amatil, die Waffenmeisterin Angmas. Ihr könnt mich nicht hier festhalten. Ihr könnt mich nicht hier festhalten. Ich bin nicht hierher gekommen, um mit euch zu sprechen, Amatil. Ich kam, um meiner Tochter Nameles zu reden. Ich bin die Waffenmeisterin Angmas. Und werde es immer bleiben. Du bist Nameles. Du bist Nameles, eine Elbenmeid übermäßigen Geschicks und meine Tochter. Wo ist mein Ring? Wo ist Nachuil? Ihr werdet euren Ring nie wiedersehen, Amatil. Ich habe ihn weit fortgeschickt, wo ihr ihn nie wiederfinden werdet. Lügen. Ihr habt ihn selbst behalten. Aber die Zeit wird kommen, da ich ihn euch wieder abnehmen werde. Nachuil befindet sich jetzt jenseits eurer Macht, Amatil. Ihr werdet ihn nie mehr besitzen. Auch dieses Zimmer hat etwas Bedrückendes. Ich werde dir ein anderes Recht machen. Ja, es ist etwas verlebt. Ich werde in drei Tagen zu dir zurückkehren, Nameles. Nameles ist nicht mehr. Amatil wird ewig leben. Hm. Und da weint sie wieder. Oh, wir kommen an unsere restlichen Würmer. Sehr gut. Ich glaube, wir brauchen nur noch zwei. Ja, Tür auf. Untersucht ungewöhnliche Gegenstände nach wie vor. Aber hier waren wir jetzt durch. Es geht hier auch nicht weiter. Nee, dann müssen wir wahrscheinlich dahin, wo ich gerade eben schon war, wo es nicht weiter ging. Machen wir hier mal. Ach so, ist schon weg. Nein, zu spät. Genau. Eine Urne. Ich finde, die Zimmer sehen irgendwie alle gleich aus. Okay, hier hat sie einen Tisch und einen Hocker. Na, meinetwegen. Oh, Mordiris kommt. Ist jemand da? Seid gegrüßt, Amatil, Waffenmeisterin Angmas. Kommt mir nicht zu nah. Vater, Sarah. Angma hat euch vermisst, Amatil. Gar viele Jahre sind es langgegangen, seit ihr uns genommen wurdet. Und doch seid ihr noch immer seine treue Dienerin. Nicht wahr? Laerdans Tochter hat wohl versucht, mich zurückzuhalten. Aber meine Macht ist stärker als die ihre. Meine Treue gehört Angma für immer und ewig. Amatil dient nur einem Meister. Gut, ich wusste, dass es so sein würde. Über kurz oder lang werden wir es denen heimzahlen, die euch gefangen hielten, Amatil. Aber, äh, nun aber schnell. Wir müssen uns eilen. Es wird mir ein Vergnügen sein, mich an den Elblererdern, den alten Eichenherz, zu rächen. Die Eichenherz hat oft von ihrem Häuschen gesprochen und mich mit ihrer Freiheit verhöhnt. So würde ich das jetzt nicht sagen. Wenn ich wieder bei Kräften bin, werde ich dafür sorgen, dass es in Schutt und Asche gelegt wird und die alte Krähe mit dazu. Es ist besser, als sie es verdient, Amatil. So war das also damals. Darf ich wieder raus? Willkommen in Zitat, Millimac. Diese Mauern haben gar viel gesehen. Nicht wahr? Wer ist denn hier? Ah, Mordrampor. Ich habe eine Nachricht für euch. Wir haben Nachuel gefunden. Oh, super. Leb wohl, dumm Kopf. Wir werden uns nicht wiedersehen. Na, mal gucken. Hilfe. Ah, da kommt schon wieder einer. Millimac, Millimac. Reicht mir geschwind die Schlüssel, damit ich das Hohr öffnen kann? Ach, danke. Auf meiner Seele liegt ein Schatten. Millimac. Ist alles in Ordnung. Der schwarze Nomenore ist vor Delos hat aufgetaucht und ich musste mich so schnell wie möglich verstecken. Jedem anderen Gegner hätte ich mich gestellt, gegen jeden, jedoch habe ich keine Chance, wenn mir andere meiner Sippe nicht zur Seite stehen. Er kam zur Tür und ging hinein und ich folgte ihm heimlich immer in den Türrichten Hoffnung, dass ich mich ihm, falls nötig, entgegenwerfen könnte. Es läuft mir kalt den Rücken herunter, wenn ich daran denke, was er mir hätte antun können, ja und mir vor allem, hallo, wäre ich entdeckt worden. Lasst uns diesen Ort verlassen. Was ihr gesehen habt, könnt ihr mir auf dem Weg aus dieser bedrückenden Ruine hinaus erzählen. Die Waldläufer von Evendim trauern um diejenigen von ihnen, die getötet wurden, als Mordrambor von Tenodir geflohen ist. Inzwischen suchen die Angmarim in der Wildnis nach Narchuil, Amartils Ring. Ich fürchte, Amartil hat bereits entdeckt, wo Narchuil ist und damit den Untergang des Nordens besiegelt. Noch hoffentlich nicht. Spreicht mit Kandeles. Ja, also wieder nach da oben. Wir sehen uns da gleich. Und da sind wir auch schon wieder oben. Vielleicht sollte man einfach mal eine Strickleiter von der Seite runterlassen. Ich meine, es ist ja gleich da. Naja. Was ist geschehen, Milimak? Wieso ist euer Gesicht von Sorge gezeichnet? So, was kriegen wir denn jetzt hier? Entweder nochmal einen Umhang. Oder einen Ohrring. Hm. Na, vielleicht. Oder ein Armband. Ne. Gut. Hört meine Worte. Buch 11, Kapitel 13. Laerdans Versagen. Ihr sagt, dass Amartils Truppen Narchuil geborgen haben. Naja, das haben die behauptet. Das sind schreckliche Neuigkeiten, Milimak. Sie untergraben alles, was wir zu bewerkstelligen suchten. Herr Elrond muss es erfahren. Sucht nach ihm in der Bibliothek von dem Ladris und bringt ihm diese düstere Kunde ebenso wie das Tagebuch von Sarah Eichenherz. Wenn irgendjemand weiß, was zu tun ist, dann ist er es. Hey, dafür kriegen wir das hier. Eine Kette, die sogar Rüstung hat. Nicht schlecht. Okay, machen wir. Dann, äh, ich glaube es gab hier eine Schnellreise. Also, wir sehen uns gleich in der Bibliothek. Und da sind wir auch in der Bibliothek. Hier ist der Elrond. Werdet ihr uns ein weiteres Mal eure Hilfe gewähren? Eure Geschichte erfüllt mich mit Trauer, Milimak. Namelets Untergang ist eine traurige Geschichte, die nur wenige kennen. Und wenn, dann auch nur bruchstückhaft. Von ihrer Gefangenschaft bei Laerdan nach der Schlacht von Vornost wusste ich nichts. Es betrübt mich, dass Laerdan glaubte, ich würde nicht dulden, dass Namelet am Leben bleibt. Die Elder erschlagen keine Gefangenen. Sie wäre also sicher gewesen in meinem Haus, auch als Amatiel. Ich glaube, wir können uns ausmalen, welch trauriges Schicksal Sarah Eichenherz erlitt. Die letzte in einer langen Reihe von Bewachern Namelets. Daran, dass sie die Tochter Laerdans gütig behandelte, habe ich keinen Zweifel. Doch ihr Lohn war Verzweiflung und mehr als das. Amatiel lehrte die dunklen Künste von einem grausamen Herrn. Und es sieht so aus, als habe sie das Antlitz ihrer Gefangenen angenommen. Ein elendes Schicksal. Ich bin mir eines weiteren Punktes sicher, Milimak. Angmar hat Nachuil noch nicht zurückgewonnen. Die Wege des Feindes sind Wege der Täuschung. Gebt euch nicht der Verzweiflung hin. Wenn Nachuil gefunden wurde, hätte Amatiel ihre Helfer zurückgerufen. Doch das hat sie nicht. Sie hat vielleicht einiges über den Verbleib Nachuils erfahren. Aber ihre Diener müssen den Ring immer noch finden. Dessen bin ich mir sicher. Wir müssen weiterhin wachsam bleiben und unsere Suche fortsetzen. Dafür kriegen wir diese tolle Kette. 16 Vitalität, Wille, maximale Moral. Nicht verkehrt. Gibt sofort Moral. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir legen das Ding an. Denn, da er uns nicht direkt wieder mit einer Folgeaufgabe betraut, nehme ich doch mal ganz, ganz stark an. Wir haben dieses Buch abgeschlossen, denn hier ist ja nichts mehr. Und können jetzt mit dem nächsten anfangen. Buch 12, Kapitel 1. Elrons Bitte. Schon wieder zu Karneglat. Das machen wir aber dann beim nächsten Mal. Ich lese es jetzt nur noch mal vor. Obwohl ich glaube, dass Angmar Nachuil noch nicht zurückerobert hat, so wird es bald etwas über seinen Verbleib erfahren. Wenn nicht durch die lange Suche selbst, dann vielleicht von Laerdan. Die Folter durch den Feind kann den Geist wie den Körper versehren und Laerdan verfügt über großes Wissen. Ich möchte euch diese Aufgabe anvertrauen, Melima. Kehrt so Karneglat nach Evendim zurück und sucht Laerdan. Mag sein, dass seine Zeit in Mittelerde bereits ein vorzeitiges Ende gefunden hat. Doch ich habe da meine Zweifel, denn Laerdan ist stark und hat einen ehrenden Willen. Und er würde seine Suche auch unter Zwang nicht so leicht verraten, seine Sache. Begebt euch schnell zu Karneglat nach Evendim und findet über Laerdan heraus, was ihr nur könnt, ob gut oder schlecht. Sprecht mit Karneglat. Okay, das mache ich. Das mache ich dann aber tatsächlich erst in der nächsten Folge. Wir haben also jetzt Buch 11 abgeschlossen. Wir sind jetzt bei Buch 12. Soweit ich weiß, geht es bis Buch 15, bevor wir dann endlich in die Minen von Moria können. Ich muss sagen, ich glaube, so spät bin ich noch nie mit irgendeinem Charakter in die Minen von Moria gegangen. Allerdings habe ich auch selten das gesamte Buch 1, also der Schatten von Angmar, beendet, bevor ich nach Moria gegangen bin. Meistens bin ich halt direkt nach diesem Prolog von Moria nach Moria gegangen. Also spätestens mit Level 50. Und ihr habt das andere, wenn überhaupt, dann später gemacht. Gut, dann würde ich doch sagen, dass an dieser Stelle die Folge wieder zu Ende ist. Ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play der Herr der Ringe online. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.